Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Gambling Video und zwar heute mal CSGO Necro, wir werden heute mal ein paar chillige Flips machen, alter 1400€, what the fuck, wir createn ein Game und wir nehmen, was nehmen wir direkt, komm, die Glock 18 Water Elemente, wir haben Tee genommen, da sind wir, und jetzt müssen wir noch warten, bis jemand reinkommt, so ist jetzt jemand drin, Garo CSGO Necro.com, das heißt er hat CSGO Necro.com im Namen, es wird auch bestimmt ein sehr schöner T-Flip, oder ein roter Flip, oh, ich hab sogar mehr Prozent, ich hab 1,3 mehr Prozent, das heißt ich müsste eigentlich gewinnen, auch wenn der CSGO Necro im Namen hat, komm schon, let's go. Ey, Mates, lächerlich. So Leute, zweiter Coin Flip wird erstellt und die Prime Säber muss jetzt darauf hoffen, damit sie wieder das Money Back macht, wortwörtlich, oder warte mal, egal, ich nehm es auf jeden Fall mal hier an, muss dann noch gucken, Die Grinder muss hoffen, die Grinder, obwohl ich die Grinder eigentlich ganz mag, die ist eigentlich ein nicer Skin, so. So, ich hab angenommen, es muss jetzt ein CT-Flip sein, ich hab 0,8 Prozent weniger, aber ey komm, es hat der Typ gerade auch gerade eben mit weniger Prozent gewonnen, also muss ich es jetzt gewinnen. Let's go Leute, genau so will ich das sehen, perfekt. So, das heißt, ich kann den Gewinn auch schon abholen, ich hab meinen Gewinn auf jeden Fall wieder, also meinen Verlust, den ich gerade eben hatte, wieder zurückgemacht. So, jetzt überlege ich noch, was kann ich denn für einen schönen Flip machen. 3,41 Euro, hab ich da irgendwas? 3,41 Euro, 3,27 Euro, ja, perfekt. Die AK kann direkt wieder gehen, sozusagen. Let's rip this motherfucking dog. Komm schon, der, der dog, er hat wieder mehr Prozent, aber bis jetzt hat immer der mit weniger Prozent gewonnen, das ist irgendwie voll komisch gerade in letzter Zeit. Mal schauen, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Let's go Leute, die mit weniger Prozent gewinnen gerade wirklich jeden verfickten Flip, alter. Mal schauen, das heißt, wir sind jetzt eigentlich im Profit, oder? Wir sind im Profit, wie hab ich angefangen, ich weiß gar nicht. B27, ja, das ist ganz gut, ist eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, ich will es nicht nochmal flippen, weil ich bin, ne, ich will nicht nochmal flippen. Deswegen würde ich sagen, war's das schon mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Like, Abo, ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.